Ich bin ein Star holt mich hier raus. Das schreien die mehr oder weniger Promis ab morgen wieder auf RTL. Denn das Dschungelcamp geht in die nächste Runde. Mit dabei von der Partie ist in diesem Jahr auch Natascha Ochsenknecht. Zuletzt ist sie wegen der Trennung von ihrem Verlobten Ümit Kikili in den Schlagzeilen. Doch wo könnte man sich besser vom Liebeskummer der letzten Wochen erholen als im australischen Dschungel? Natascha ist bereits im Hotel angekommen und postet dieses Video von ihrer Ankunft. Da will doch nicht etwa wieder jemand abhauen, oder? Tja, Natascha, da musst du jetzt wohl durch. Kurz vor dem Einschlafen postet Natascha noch ein Gute-Nacht-Video. Und ihre leichte Anspannung ist schon deutlich zu spüren. Ob sie das weiche Bett womöglich schon bald vermissen wird, wann es für sie losgeht, sehen wir spätestens ab Freitagabend auf RTL.